Heute möchte ich über ein Thema sprechen, welches sich in unserer Gesellschaft schon etabliert hat, und zwar die Body Positivity Bewegung. Im Grunde genommen ist es eine Bewegung, die sich dafür einsetzen möchte, dass halt Menschen nicht mehr für Übergewicht diskriminiert, benachteiligt, beleidigt oder sonstige unschöne Sachen passiert. Nur aufgrund ihres Äußerliches kann man jetzt auch vielleicht so eine Parallele dazu ziehen, wenn man jetzt farbiger ist oder von einer anderen Kultur kommt, dass man aufgrund nur von diesen Tatsachen jetzt ziemlich stark benachteiligt, schlecht behandelt wird von den Leuten. So in diesem Zusammenhang also einfach eine Diskriminierung. Und diese Bewegung ist jetzt auch schon ziemlich stark instrumentalisiert worden, wie ich finde. Also es wird jetzt auch schon zum Teil auch sehr stark bei Frauen angepriesen, dass halt Übergewicht oder Adipositas etwas positiv sein sollte bzw. ist. Und dass es auch zum Beispiel immer mehr Plus Size Models gibt und man es auch für gut heißt und die ganzen Krankheitsfolgen oder die ganzen Nachteile, die halt einfach dazu führen, wenn man übergewichtig ist, einfach ausgeblendet werden. Und man versucht sich halt jetzt einfach alles schön zu reden und ich möchte einfach in dem Video dann nochmal ein bisschen konkreter reingehen. Das heißt, was sind meine Gedanken dazu, wie sehe ich das auch im Zusammenhang mit der schleimfreien Heilkost. Das spielt ja natürlich auch mit meiner Meinung damit dazu. Und ja, im Allgemeinen, wie man das ja auch vielleicht etwas anders gestalten könnte bzw. auch ändern sollte. 75% der 17-24-Jährigen, die in der Armee waren nicht qualifiziert und die Nummer 1-Räsonin war, weil sie obese waren. Of the 25% that could join the Army, what we found on the first day of basic training was that about 60% of them could not pass the test that we gave on the first day. And that was one minute of push-ups, one minute of sit-ups, and a one-mile run. First of all, number one, and the primary reason, was starting in the late 90s, the majority of our elementary and high schools stopped teaching P.E. The second thing we found is that our diet had changed radically in the last 15 years. We were supersizing everything. If you wanted large fries, you could get extra large and extra extra large. The third reason we saw was an increase in technology. But the researchers had told me that we now watch as a nation about 150 hours of television a month. That's five hours a day. But what's interesting about this is your Army, combined with your Navy, your Marine Corps, your Air Force, and your Coast Guard, makes up less than 1% of the American population. So my concern is, what's going on with the other 99%? What's going on with the other 99%? What's going on with the body positivity? Momentan sehe ich das Body Positivity, wie ich das jetzt von Social Media sehe, beziehungsweise auch von einigen Videos, mehr als eine Ausrede, dass man halt jetzt nichts dafür kann, dass man übergewichtig ist oder ganz irgendwelche Gründe, damit man sich halt jetzt nicht die Disziplin, die Geduld und die Ausdauer hat, eine richtige Ernährungsumstellung durchzuziehen, Kraftsport zu machen, einfach darauf zu achten, was man sich alles in den Mund rein tut und sich halt etwas mehr mit Gesundheit und alles Mögliche beschäftigt, weil es halt auch dementsprechend einerseits viel Zeit kostet, wie gesagt Disziplin, Geduld, Kraft, eine gewisse Art von Motivation in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, wo halt sehr viele Menschen Dopaminprobleme haben wegen Social Media und nicht mehr den Fokus haben, mehrere Stunden ohne irgendwie aufs Handy zu schauen, etwas zu machen und dann die Belohnung zu bekommen. Fällt es halt vielen Leuten einfach schwer, das umzusetzen, weil wir auch von klein auf das nicht mehr gewöhnt sind, langfristig an etwas zu arbeiten und dann unsere Belohnung zu bekommen. Also wenn ich da auf die ältere Generation so zurückschaue und mit den Leuten rede, da war es dann ganz anders, also da ist es halt elfmal, du machst deine Arbeit und dann hast du halt das Vergnügen und ich denke mal, jeder, der zum Beispiel Kraftsport macht, in einem Fußballverein spielt oder sowas, da ist es halt meistens immer so, du arbeitest halt vorher hin, zum Beispiel, wenn du eine Pause hast oder sowas, eine Vorbereitung auf die neue Saison oder auf die neue Liga, dann hast du halt meistens sechs bis drei Wochen hast eine Vorbereitungszeit, wo du halt die ganze Zeit trainierst, trainierst, trainierst und dann fängst du halt an mit den Spielen und versuchst dann das Beste dabei rauszuholen und dann bekommst du halt zum Beispiel deine Belohnung. Eine dieser Floskeln, die man immer wieder hört, ist, dass man sich wohl, fit und gesund fühlt und man auch so eine Art gewisse Selbstliebe auch aufbaut. Also die meisten Leute sagen so, sie akzeptieren sich selbst, sie lieben sich selbst und da es halt immer wieder das Interessante ist, dass wir ja nicht der Körper sind, wir steuern den Körper, das ist sozusagen eine biologische Maschine und man kann uns also halt Energiebewusstsein oder was weiß ich, wie ihr es auch bezeichnen wollt, sehen, den halt diesen Energie, diesen Körper halt einfach steuern. Das heißt, wenn man jetzt jemand sagt, man liebt sich selber, dann ist normalerweise nicht der Körper gemeint, weil dann müsste man es irgendwie auch anders formulieren. Das heißt, ich würde meinen Körper lieben, so müsste man es zum Beispiel formulieren. Und ja, es ist wichtig, eine gewisse Art von Selbstliebe auch zu haben und eine gewisse Art von Selbstrespekt. Allerdings ist es halt auch so, dass man erstens allerseits auch weiterhin an sich arbeiten sollte, kann sich ja trotzdem selbst lieben und trotzdem die Fehler, die man halt hat, an sich weiter arbeiten. Man sollte ja nicht stehen bleiben, man sollte immer im Fluss sein, in Bewegung. Und da gehört auch, wenn man zum Beispiel von Selbstliebe spricht und jetzt seinen Körper in den Zusammenhang meint, dann sollte man es auch wirklich so auch meinen. Das heißt, dass man dann eigentlich komplett das Gegenteil von dieser Bewegung halt macht und nicht Übergewicht oder Adipositas gut heißen müsste, sondern an sich arbeiten muss, dass man halt dann langsam sein Gewicht verliert, mehr Disziplin an den Tag bringt, mehr Sport und mehr Bewegung macht. Aber das ist das, was dem Körper gut tut. Also eine anständige Ernährung, Entgiftung, zum Beispiel schlammfreie Heilkost und dann halt auch die entsprechende körperliche Betätigung und Auslastung. Und wie gesagt, das tut halt dem Körper gut, das fördert ihn. Und es ist halt, kann man es zum Beispiel so betrachten, als ob man ein Auto hätte oder ein Haus oder irgendeinem anderen Gegenstand. Man versucht ja die Sachen so gut wie es geht zu pflegen, damit die halt auch lange halten und auch richtig funktionieren. Also wenn ich zum Beispiel ein Auto einfach vollpacke und überlaste, dann weiß ich ganz genau, wenn ich mit dem bremse, dass dann irgendwann die Bremsen zu stark abgeschliffen werden, Kleinteile werden zu stark abgeschliffen, dann Stoßdämpfer, die ganzen Kleinteile vom Auto würden ja leiden, wenn ich ihn zu stark überlasse. Das heißt, ich mache mir ja vorher Gedanken, was kann ich meinen Körper oder in dem Fall, was kann ich auf das Auto alles drauf machen, damit es nicht überlastet wird. Und dann wird ja auch regelmäßig geputzt, dass dann sich zum Beispiel auch nicht Schimmel bildet. Und man achtet halt einfach mal auf solche Kleinigkeiten, bei seinen Gegenständen, Gebrauchsgegenständen, dass die halt lange halten. Es wird ja selbstverständlich sein, das Gleiche sollte ja auch für den Körper gelten. Und dieses ganze Befürworten von Übergewicht und Adipositas geht halt einfach in die falsche Richtung. Und ehrlich gesagt kaufe ich den meisten Leuten auch nicht ab, dass sie sich gut fühlen. Also aus meiner eigenen Erfahrung mache ich ja sehr viel Kraftsport und Kampfkunst mit YouTube und sowas. Man arbeitet halt auf etwas langes hin. Das heißt, über mehrere Wochen, Monate, auch Jahre. Und wenn man das dann erreicht hat, dann fühlt man sich einfach um einiges besser. Diese Glückshormone, die dabei ausgeschüttet werden, die halten auch viel länger, weil man ja diesen Kontrast hat, dass man etwas getan hat, vielleicht auch gelitten hat, etwas gemacht hat, was man jetzt nicht unbedingt mochte und auch eine gewisse Herausforderung hat. Und am Ende des Tages kann man sagen, ja, endlich habe ich es geschafft. Oder ich konnte es dann doch umsetzen. Ich habe es auch durchgehalten. Und ich bin jetzt einfach stolz drauf, was ich da geleistet habe. Sich unbewusst herzhaftes und deftiges Essen einfach reinzuschaufeln, ist ja im Grunde genommen ja keine richtige Leistung. Das Essen wird bei uns im Übermaß angeboten. Also du bekommst ja in jeder Ecke irgendwas zu essen. Ob das jetzt etwas Biologisches, Chemisches oder sonst irgendwas, das wäre vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Also jedenfalls ist das genug da. Man hat jetzt überhaupt gar keinen Aufwand mehr, irgendwas Essbares zu bekommen. Das heißt, dieser Dopaminspiegel, der halt beim Essen ausgeschüttet wird, der steigt immer schneller und der fällt auch schnell ab. Also das heißt, dass dieses Essen dann mehr sich zu einer Droge ausartet, wo ich ja auch in meinen anderen Videos zu schreiben, Frank Halkos gesagt habe, dass ja Essen eine Droge ist. Und die Leute versuchen halt einfach irgendwelche Traumaten aus der Kindheit, schwierige Zeiten oder sonstige Belastungen halt einfach mit dem Essen zu kompensieren, damit sie vielleicht auf andere Gedanken kommen, ein schönes Gefühl haben oder so ein Füllegefühl, was weiß ich was, damit sie halt aus diesen negativen Gefühlen, Emotionen da herauskommen. Allerdings ist es halt, wie gesagt, einfach ein Teufelskreis, weil man versucht halt immer mit dem Essen irgendwas zu kompensieren, weil etwas im Leben zum Beispiel nicht läuft. Und dann isst man halt immer mehr, immer mehr, immer übergewichtiger und man wird auch immer abhängiger von dem ganzen Essen, weil, wie gesagt, ich habe ja in einem anderen Video, in anderen Videos, sage ich mal, so schön, Frank Halkos erzählt, wenn man halt immer mehr so ungesunde Sachen isst, Industrie-Sachen, Milchprodukte, Fleisch, Getreide, alles durcheinander mischt, kocht, also das ganze Paket da zusammen, dann installiert man sich sozusagen in den Hunger. Und dann kommt da auch die ganze Entgiftung, also das heißt, man befindet sich in einem ganzen Kreislauf, man isst etwas, man reinigt nicht seinen Körper, sondern belastet ihn, das muss er dann auch wieder entgiften, dann wird auch wieder Hunger erzeugt, weil es eine Entgiftungserscheinung ist. Da kommen auch andere Probleme dazu, also eigentlich alle Krankheiten beruhen einfach darauf, dass man halt zum Beispiel nicht ausgeschiedenen Kot im Darm hat, weil man zu viel isst oder zu oft isst und der Körper mit der Verdauung nicht herkommt, Schleim produziert wird und so weiter und so fort und auch die Umwelt nicht so optimal ist. Und dann entstehen halt diese ganzen Krankheiten und wie gesagt, das ist halt auch so eine Droge, man isst einfach, weil man Hunger hat, aber das, was wir essen, erzeugt dann noch mehr Hunger. Und dann wird es dann nochmal psychisch auch mit verbunden mit dieser Body Positivity, ich esse ja, weil ich jetzt vielleicht nicht Hunger habe, aber ich möchte jetzt irgendein Loch stopfen. Und da ist es ja wichtig, dass man diese innere Arbeit einerseits leistet, dass man halt erstmal seine Traumata, psychischen Probleme da bewältigt bekommt, auch eine gewisse Art von Disziplin und Selbstrespekt auch bekommt, dass man halt auch nicht von außen auf etwas angewiesen ist, um dieses Loch zu stopfen, dass man halt hier auch etwas Langfristiges und Langes für sich selbst findet, also zum Beispiel irgendeinen Sport zum Beispiel machen, wo man jetzt nicht darauf aus ist, anderen zu beeindrucken, sondern einfach sich selbst etwas zu beweisen, dass man selbst etwas machen kann, dass man selbst schöpferisch tätig ist und dann halt auch schauen, dass man langsam wieder seine Ernährung umstellt und halt auch gesund und vital halt. Also dazu habe ich auch ein Video gemacht zur schlammfreien Halkost, da werde ich auch dazu euch ein Video verlinken, wie man da am besten umstellt zum Beispiel, ganz langsam Schritt für Schritt und es ist ja auch bekannt, da braucht man nicht lange drumherum reden, dass halt Übergewicht dem Körper schadet, dass es halt ungesund ist und es auch schneller Krankheiten befürwortet bzw. Krankheiten verursacht und auch dann auch viel schneller zu einem Tod, sage ich mal, in Anführungszeichen führt. Bevor ich jetzt hier von einigen als Fettschamer dargestellt werde, Das ist jetzt einfach alles neutral und sachlich, was sich euch übermittelt, also das habe ich jetzt nicht erfunden, das ist in gewisser Weise so die Funktionsweise vom Körper, also seid dann nicht sauber auf mich, ich übermittel einfach nur die Informationen, da könnt ihr euch selbst dann schauen, welche Informationen ihr für euch nutzt und welche nicht und wenn ihr euch darüber aufregt, dann habt ihr wahrscheinlich selbst ein Problem mit irgendwelchen Konflikten, da ich versuche ja auch niemanden zu überzeugen, ganz normal Informationen auch zu vermitteln beziehungsweise auch meine eigene Meinung und ich finde es auch sehr, ich finde es nicht gut, da gibt es viele Leute, die machen halt auch solche Videos und werden dann von den Leuten so beschämt, deswegen habe ich auch schon manchmal gelesen, dass halt dann Leute, wenn sie Sport machen, als Fettshaming schon bezeichnet werden, nur weil sie selbst auf ihren Körper achten und das geht halt einfach in so eine direkt falsche Richtung, dass man jetzt anfängt, Menschen, die auf ihren Körper achten, einem abnehmen möchten, dass die jetzt schon einfach beschämt werden, weil sich dann schon deshalb übergewichtige Leute angegriffen fühlen und wie gesagt, schaut man sich einfach die Sachen früher an, wenn ich zum Beispiel meinen Vater oder manche Bauernleuten vor 70, 80 Jahren anschaue, die waren halt dünner, das kann man nicht bestreiten, zum Beispiel mein Vater, der war auf dem Feld ackern den ganzen Tag, der konnte nicht zum Beispiel irgendein Industriefraß essen die ganze Zeit, er hat halt immer sein Mittagessen, sein Abendessen halt gehabt und das halt von Sachen, die er selbst angebaut hat, also nichts mit Fastfood, McDonalds und Co. oder Mikrowelle, sondern halt frisches Obst und Gemüse, was er halt selbst angebaut hatte auf dem Bauernhof, wo er halt gelebt hat oder groß geworden ist und da war er halt so aktiv, da hat er nicht viel Zeit zum Essen gehabt und er war halt auch so körperlich aktiv, dass er sich nicht leisten konnte, übergewichtig zu sein. Einerseits ist er da körperlich eingeschränkt und andererseits ist er natürlich auch anfälliger auszusetzen wegen Entgiftungen, wegen Krankheit und sonst irgendwelche Sachen. Das heißt, er könnte dann nicht auf dem Feld oder im Haushalt helfen oder auf dem Hof und das kann dann jetzt auch zu fatalen Folgen führen, wenn es über längeren Zeitraum sich aussehen. Und es gibt auch zum Beispiel diese Blue Zone, das sind Länder, in denen die ältesten Menschen der Welt leben. Also da zählt zum Beispiel Sardinien dazu oder auch die Insel in Japan Okinawa. Und wenn man sich dann die Leute anschaut, die haben halt zu 80 bis 90 Prozent ein pflanzenbasiertes Essverhalten, bewegen sich sehr viel, haben eine positive Einstellung, leben auch sehr natürlich. Und da ist es auch sehr ungern gesehen, wenn man da übergewichtig zum Beispiel ist, beziehungsweise man hat auch diesen Selbstrespekt, nicht übergewichtig zu werden, also diesen Selbstrespekt gegenüber dem Körper. Und diese Leute leben halt naturnah, sind an einer frischen Luft, bewegen sich moderat. Und das ist halt auch wieder so für mich ein Indiz. Also wer lange leben möchte und gesund und auch im Kopf fit sein möchte, der schaut, dass sein Körper auch richtig funktioniert. Und da ist halt ein wichtiger Punkt, wenn man halt die ganzen Gifte, die man sich zum Beispiel bei einem Übergewicht oder im Allgemeinen akkumuliert, die kommen ja auch dann irgendwann ins Blut. Und das hier wird dann auch mit dem Blut, wo halt Giftstoffe zum Beispiel mit drin sind, auch mit versorgt. Und dann kann man auch zum Beispiel nicht klar denken. Das ist jetzt in dem Punkt, was ich ja noch vergessen habe, vorher. Ja, jedenfalls, also da vielleicht ein Beispiel nehmen, wenn man solche Länder mehr naturbelassen zu essen, weniger verarbeitetes Essen und sich auch bewegen und auch eine positive Einstellung haben, was ja viele haben in dieser Body Positivity Bewegung und auch dicke Leute. Diese positive Einstellung im Grunde ist ja nicht schlimm. Man muss halt nur schauen, ob diese positive Einstellung weg von der Wirklichkeit leitet und in eine Art Blase und Illusion führt oder ob man die halt nutzt, um an seinem Körper zu arbeiten. Und wie gesagt, wenn man übergewichtig ist, ist ja nichts Schlimmes dabei. Man kann ja diesen Zustand ändern. Das ist ja nichts Fickses. Ich kenne viele übergewichtige Leute, wo ich einen großen Respekt davor habe, weil sie halt Gewicht abnehmen. Die sich da wirklich heransetzen, ihren eigenen Schweinehund sich beißen, sie sich mit Ernährung beschäftigen und auch schauen, dass sie ihren Körper körperlich wieder in Form bekommen, in Form von Kraftsport oder auch Kampfkunst. Und ich habe wirklich einen großen Respekt vor den Leuten, weil ich selber weiß, wie anstrengend es ist, jeden Tag sein Workout zu machen, jeden Tag drauf zu achten, was esse ich heute. Und das auch noch in einem, sagen wir mal, 8-9-Stunden-Tag, wie sie den meisten haben, wo halt alles sehr viel Stress hat. Und wie gesagt, die Leute haben von mir wirklich sehr großen Respekt, wenn sie diesen Weg gehen. Und bei dem Punkt könnt ihr mir vertrauen, wenn ihr abnehmt, euren falschen Körper ablegt und langsam euren Körper wieder aufbaut, Sport, Bewegung macht und schaut, dass ihr halt eine anstrengende Ernährungsumstellung macht, beziehungsweise darauf acht, was ihr euch in den Mund reinsteckt, dann wird sich einiges in eurem Leben ändern. Ihr habt wieder um einiges mehr Freude in eurem Leben. Einerseits dann auch andererseits mehr Energie, weil ihr auch körperlich fitter seid. Euren Alltag fällt auch leichter, wenn ihr zum Beispiel schwere Sachen hebt. Habt einfach mehr Lebensfreude. Seid dann auch im Kopf etwas klarer mit dabei. Das koloriert ihr auch mit dazu. Und ihr seid auch um einiges attraktiver zum anderen Geschlecht. Und vielleicht auch irgendwann zu dem Punkt, wo ihr nicht mit irgendwelchen Täuschungsmitteln wie Make-up, Parfum oder auch bei Männern mit Deos da alles Mögliche faken müsst, um attraktiv zu sein, sondern so eine grundnatürliche Attraktivität. Und es ist halt einfach so, dass halt dünnere Menschen einfach attraktiver sind, weil sie halt auch auf ihren Körper achten, diszipliniert sind und eine gewisse mentale Einstellung auch mit an den Tag bringen und solche Sachen, da braucht man sich nicht so lange rumstreiten. Das sind halt so Sachen, die halt in einer Beziehung bzw. bei einer Partnersuche halt einfach hervorstechen. Soviel von mir zu diesem Video. Daumen nach oben geben, Video kommentieren, kann ein kostenlos abonnieren, da darf man auch auf die Glocke drücken. Gerne auch dieses Video an Freunden, Bekannten und Familie teilen. Dann auch gerne auf meiner Webseite vorbeischauen, da bekommt ihr nochmal zusätzliche Informationen, was ich hier alles in meinem Projekt mache. Auch in Bezug auf schleimfreie Heilkost, Gesundheit und Ernährung. Biete auch diesbezüglich Coachings alles Mögliche an. Meine eigenen Produkte, Saatgutliste findet ihr alles auf meiner Webseite. Könnt ihr da gerne umschauen, ist alles, wie ich finde, sehr gut strukturiert. Kann man sich da mal ein bisschen reinfinden und am Abend mal ein bisschen durchstöbern. So, und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin! Ciao!